Na, weil du von laut warst. Ich bin hier gerade am Streamen. So, da sind wir wieder. Es waren wirklich kurzzeitig die Glockens Horror Down. Ich habe auch noch keinen Status bekommen, aber wir wollten ja eher auf Glockenhex einkaufen gehen. Da haben wir schon mal hier oben einen Kasten. So, wir brauchen einen tollen Steen geblieben im Klamotten-Shop. Gucken wir da doch mal rein. Hm. Außerbei hat sich nicht wirklich verändert oder verbessert. Ah, hier gibt es wenigstens mal einigermaßen vernünftige Stiefel. Hm. Ein bisschen hier. Wie sehen wir da überhaupt aus? Kommt die Fresse oder soll ich dir ans Gesicht schießen? Hm. Hm. So. Okay. Hat sich nicht viel verändert. Wo war jetzt der andere Shop? Der war doch da hinten. Genau. Was denn das? Ist das hier sein Mantel oder was? Hm. Jaaa. Das gefällt mir doch. Jaaa. Das gefällt mir doch. Jaaa. Wo. 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 Go. Um. Haben wollen. Aber sie sind noch gar nicht mehr so schön rot. Das ist doch dieser Standort ui ausrüstung. Nein, mal alles mit dir. Das ist alles, was wir haben. Gucken wir uns mal in so eine neue Klammette an. Hm, jetzt sieht man, dass es überhaupt nichts ist. Was hast du? Das ist alles, was wir haben. So, gehen wir mal hoch und gucken, ob wir es mal schön ist. Machen wir. Das war's für heute. 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 So. So. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. Wo ist meine Mission? Oder? Oh, danke. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. Schauen wir mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal anfliegen. Oh, guck mal. So, gucken wir mal. So, gucken wir mal an. So, gehen wir mal an. So, gucken wir mal an. Schau mal, hier ist Caria. Da könnte man nicht mal hinkrotzen. Jetzt gucken wir mal, wann kein Status loswerden. Meine Fresse, das ist gar nicht so einfach mit dem neuen System. Okay. Da haben wir es. Gut, sehr schön. Das war kurzzeitig die Login-Server. Da haben sie im PTU-Chat geschrieben. Darum sind wir wieder da. So. Wir wollten Security-Port. Das war das. Da ist der Service. Port-Aleser. Ich werde doch hier, Mann. das stimmt eigentlich auch so wir sind jetzt hier auf cellin und klatschen hier mal irgendwo auf dem planeten truf hier bin ich hier mal zu den family farms kann man das anspringen hier kann man nicht ich weiß glaube ich wo sie ist naja ist halt keine spielversion ist halt immer noch eine alpha es ist wieder mal gecashed welch wunder machen wir mal einen letzten versuch für heute kaffee 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 legt sich einfach so was haben wir jetzt hier in der neuen kat was für knarren dran so wer baut denn bitte eine typ 2 waffe an typ 3 machen wir erst mal auf oder acht wir fliegen erst mal eine runde ja jetzt packen wir wieder in den ding rum gucken uns erst mal ein herr das hier weil ich habe dir noch gar nicht gutachtet ich habe gedacht hier kommen waffen auf jeden fall auf der treppe ist natürlich beste platz für ein schäfchen darum ist ja auch noch spielzeug dann das ist ein s2 also ganz schön großer pot geworden was haben wir hier für eine bewaffnung oben auf dem dach gibt es eigentlich den die treppe noch schwächelt der schon wiederum nur mal zwei meter und schiff drum oben laufen muss was der hier am dampfen ist es ja unglaublich und ich rauche schon und mache nicht so hinterher wie der kann man hier irgendwas benutzen kein knopf mehr für treppe ok ein schaue fenster So, starten die Bude. Hallo hallo! Launch! Gespräch zu den Mond! So, wo fliegt man denn hin? Kann ich hier auf den Liderplaneten wenden? Wie ist Sternig? Naja... Ehm... Ja, nunke fliegen wir mal dahinter. Fliegen wir mal nach Demo! Ja... Ja... Auf... Zu... Ja... Betriebsdemper, wo Geschwindigkeit ist, ist es ganz schön... Aber auch ganz schön... ... 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 treten kalt in die Atmosphäre ein. Wir sind ja schon mächtig nah am Boden. Machen wir das mal so. Das sieht schon verdammt heiß aus. Ein bisschen Konturenpflug machen. Mal hier die Steuerdüsen oben auf dem Schiff. Die sind jetzt aus der Seite raus pfeffert. Ich freue mich schon so auf die ersten grünen Planeten, wenn man mal ein bisschen Wasser und Wälder und Schnee und so ein Kram hat. Der Griff sieht einen schönen Tag in der Atmosphäre, das hier rät. Wie wir ja gesehen haben in meinem Racing Video geht es auch ganz gut mit dem Cutlass. Ich würde noch ein bisschen auf die Sonnenseite von der Nähe nehmen, ne? Ich würde noch auf die Sonne reinlegen. Wie ich hoffe, noche pog лес. Was war noch ein paar Jahre? Ähm. Ja. Wie wir ihn sehen können. Hm? Guten Morgen. Unglaublich, was das mal für ein Spiel wird. Und das Ding da mit Firma S3. Das macht dann auch richtig Spaß. Da kann man auch mal ordentlich was zurückgeben, wenn er noch Stress will. Aber man hat trotzdem noch so ein Mikro-Ruckler drin. Naja, wie gesagt, Eiferbild. Okay. 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 Aber insgesamt ein bisschen viel Nebel hier, oder täuscht das? So hoch fliege ich da gar nicht. Ja genau, das ist der Planet wo die Javelin ist. Ich kann mir gerade nicht aus dem Kopf sagen wo. Kann man irgendwie die Sichtweite noch ein bisschen ändern? Dann darf ich mal gucken. Ja genau, das ist das. Ich würde sagen, springen wir mal noch zum anderen Planet. Ja genau. Ah ja, Selim Lera. Und dann gucken wir uns mal hier. Beautiful, was war nicht die frühe Harvest Hydro? Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Und dann kommen wir da weg. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Und dann kommen wir mal rein. Und die ist voll. Also es dauert wirklich alles jetzt viel länger. Driften, was da ganz schwer. Hm. Das ist ein bisschen schwer. Bis zum nächsten Mal. Da verknallt es ja echt einen halben Tank, bevor er hier irgendwo hinweist. Und nur mal vom Planeten runter, schon krass. Ah, wir sind hier oben, okay. Alles andere ist zu weit weg. Dann springen wir mal kurz da hin. Hat er das jetzt übernommen? Ja, ich bin mal kurz eine Minute weg. So, da ist er wieder. Und dann springen wir mal da hin. 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 4 quantum fügel haben wir gebraucht. Das reicht noch weiter. 6 haben wir gebraucht. Mathematiden heute. Reisegeschwindigkeit gesetzt. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und von innen holen wir jetzt nicht sexy dann. Besser als noch in 2.6. Interessanter Sound-Detector auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir dann in die Richtung der Transphäre. Okay, okay, alles grün, alles grün, alles dran. So viel dazu. Na ja, gut, machen wir mal Feierabend für heute. Bringt noch nichts, das dauerhaft zu spielen. Und wünsche erstmal noch einen schönen Abend, Leute. Bringt noch ein.